Spinnst du? Erzähl mir nichts mehr über gefährlich. Du hast gerade das nächste Level erreicht, Fabel Kulka. Du hast ihm das Leben gerettet. Dir auch. Er ist noch ganz jung, der Bursche. Hört mal, nicht mal alle Stacheln. Oh, so, 280 Gramm. Musst du abnehmen? Im Gegenteil. Er muss zunehmen. Du musst ihn ordentlich füttern, damit er den Winter übersteht. Wieso? Findet er im Winter nichts mehr zu fressen? Er vergisst zu suchen. Er macht Winterschlaf.